So, willkommen zu einem weiteren spannenden Programmpunkt unserer Utopie-Konferenz. Sie steht unter dem Motto, wir retten nicht das Klima, sondern uns. Und die beiden Gesprächspartner, mit denen ich mich jetzt unterhalten werde, ist einmal Anna Nicole Heinrich. Sie ist Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland und uns zugeschaltet ist Eckart von Hirschhausen, den ich hier nicht weiter groß vorstellen muss, der ein Buch geschrieben hat über die spannende Frage, wie wir die Menschheit retten. Und das Spannende ist, wir unterhalten uns jetzt über die Klimafrage, über das Überleben der Menschheit und das auf einer Utopie-Konferenz. Utopie bedeutet ja eigentlich dem Wortsinne nach Nicht-Ort. Aber wir reden über einen ganz, ganz realen Ort und über die Frage, wie bewohnbar wird die Erde in Zukunft noch sein? Und was können wir davon tun? Oder können wir überhaupt noch ausreichend etwas dafür tun? Und es ist natürlich schon eigenartig, dass man darüber auf einer Utopie-Konferenz reden muss. Denn eigentlich sollte es sich ja um Vorstellungen handeln, die für alle Menschen mehr oder weniger die gleichen sind. Dass wir auf einer Erde leben möchten, auf der wir alle möglichst gesund zu Ende leben können und unsere Kinder und Kindeskinder und soweit wir überhaupt denken können auch. Und tatsächlich braucht es utopisches Denken dafür, weil offensichtlich scheint das Herauskommen aus dem Gewohnten, aus dem Lebensrhythmus, aus der Naturzerstörung, aus der Klimazerstörung so unglaublich schwierig zu sein, dass es dafür enorm überzeugender Ideen bedarf. Ich fange mal mit dir an, Eckart. Du hast dich als Arzt dem Thema verschrieben, Klima und Gesundheit, Überleben der Menschheit. Und das alles ist für dich ein völlig untrennbarer Komplex. Ja, in meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, klingt ja so ein bisschen Utopie mit an. Deswegen freue ich mich sehr über die Einladung. Danke für diese spannende Runde und hoffentlich auch viel Interaktivität mit allen Zuschauenden. Auch im Nachgang. Was uns tatsächlich fehlt, Richard, du hast es angesprochen, ist ein Wozu, ein Wohin. Wo wollen wir denn eigentlich hin mit dem, was wir hier auf der Erde vorgefunden haben? Und deswegen auch dieser provokante Titel, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Denn Paul Watzewick hat gesagt, if something doesn't work, do something different. Also die warnenden Hinweise der Wissenschaft, die gibt es seit über 50 Jahren, seit dem Bericht des Club of Rome. Das hat nie an Beweisen gemangelt, sondern an Überzeugung. Und an dem großen Shift, und deswegen ist ja auch ein großer Teil dessen, dass die Leuphana auch wissenschaftlich interessiert, wie wird eigentlich aus Wissenschaft handeln? Wie wird Politik daraus? Wie werden Gesetze daraus? Und da haben wir wirklich 30 Jahre verpennt. Und ich glaube, ein Teil davon ist, und das ist ja für mich als Medienmensch auch Handwerkszeug, nämlich die Frage, worüber haben wir gesprochen? Wir haben, wenn man sich die Bilderwelt anschaut, ewig Bilder von Eisbären produziert. Und es ging nie darum, dass die menschliche Gesundheit im Kern gefährdet ist. Und ich glaube, dass deswegen auch mit der Arbeit von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, dass ein echter Game Changer sein kann, den Menschen zu sagen, ihr müsst das nicht aus Nächstenliebe tun, ihr müsst es nicht aus Überzeugung tun und weil wir den Panda werden, so süß finden, Artenschutz, sondern diese Krisen, Pandemie, Klimakrise, Artensterben, die hängen so eng zusammen. Aber im Kern geht es darum, dass wir die Lebensgrundlagen für uns selber zerstören. Und wenn wir die Lebensgrundlagen brauchen, wir brauchen die Erde viel mehr als die Erde uns. Und ich glaube, dass das eben dieser Perspektivwechsel ist, wo 2021 wirklich so ein Social Tipping Point sein kann, wo auch das, was uns Bergamo sozusagen für die Pandemie war, war jetzt die Flutkatastrophe in der Art. Plötzlich wird es anschaulich, plötzlich haben die Menschen Bilder vor Augen. Und zwar nicht nur aus Bangladesch, wo es ja schon viel länger Realität für Menschen im globalen Süden war, sondern auch in unmittelbarer Nähe in einem der reichsten Länder der Welt. Und deswegen finde ich das so spannend, mit euch jetzt darüber zu reden, wie kriegen wir sozusagen aus dieser Anschauung keine Panik, aber Priorität. Ja, also vielleicht könnte ja die Botschaft der Flutkatastrophe darin bestehen, dass man sagt, die Deutschen fangen erst an, umzudenken, wenn Autos kaputt gehen. Also jedenfalls nicht, wenn Leute in Bangladesch sterben oder wenn Eis wären, auf ihren Eisschollen nicht mehr wissen, wo sie hin sollen. Ich möchte dich mit einbeziehen. Die evangelische Kirche hat eine lange Geschichte und Tradition, sich um die Schöpfung zu kümmern und um das Wohl der Schöpfung. Ich erinnere an die Tradition der Schöpfungstheologie. Man könnte noch sehr viel weiter zurückgehen. Die Idee des Stewardship, dass wir also die Erde hüten sollen, dass wir sie nicht einfach nur ausbeuten sollen. Das gibt es auch in der evangelischen Tradition sogar sehr stark, aber auch, dass wir sie hüten sollen. Was im protestantischen Non-Konformismus sehr stark war, bei den Pietisten, bei den Quäkern, bei den Puritanern. Diese Gedanken sind dann alle aufgetaucht, als der Bericht des Club of Rome kam, als Global 2000 kam, die Studie, die die amerikanische Regierung in Auftrag gegeben hat, Anfang der 80er Jahre. Und ich erinnere mich an viele Demonstrationen für die Natur, für den Erhalt der Natur, wo die Kirche dabei war. Wenn man überlegt, wie viel Aufwand und Energie die Kirche da reingesteckt hat, Umweltbewusstsein zu erzeugen, auch Bewusstsein für die Verletzlichkeit des Menschen, für die Zerstörung der Schöpfung. Und wenn man gleichzeitig guckt, wie wenig in den letzten 40, 50 Jahren passiert ist. Was ist da schiefgelaufen? Also ich glaube, dass die Kirchen seit der Zeit halt eine der Player sind, die das Thema kontinuierlich immer wieder bespielt haben. Aber den Perspektivwechsel, Eckart, den du gerade auch beschrieben hast, ich glaube, das ist gerade auch das, was wir gerade anfangen, in der Kirche zu reflektieren. Also wo nehmen wir nicht nur, also wo werden aus unseren, also ich bin ja jetzt in diesem Amt noch relativ neu und ich merke ganz oft, wir haben diese theologischen Geschichten, wo wir herkommen. Natürlich Bewahrung der Schöpfung, aber am Ende kommen wir genau an den Punkt an, warum machen wir das? Wir machen das ja am Ende aus einem, könnte man das auch sagen, Eckart, aus einem Selbsterhaltungstrieb, um uns selber zu schützen. Und dann ist ja die Frage, warum brauche ich dann diese ganze christliche Begründung? Also woher kommt dieser Aktivismus der Kirchen, sich für das Thema einzusetzen? Und ich glaube, da müssen wir jetzt als Kirchen auch kreativ werden und das Meer, das christliche Meer mit reinbringen. Und ich glaube, eine riesige Sache ist es, da auch mal unsere Vernetztheit als diese große Institution anzuschauen, nicht nur sozusagen das Lokal wahrzunehmen, sondern jetzt von dem wir individuell, wir wollen uns selber schützen, auch die globale Perspektive einzubringen. Ich glaube, es gibt keine Organisation wie die Kirchen, die so global und weltweit vernetzt sind und eigentlich viel stärker noch darauf hinweisen müssen in Zukunft, dass das eben nicht nur Auswirkungen bei uns hat, sondern wirklich die globale Perspektive einbringt. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass man da irgendwas falsch gemacht hat. Ich glaube, die Perspektiven und die Ideen müssen sich auch entwickeln, auch in der Institution Kirche. Und ich glaube, das tun sie gerade genauso rasant wie in der ganzen Gesellschaft auch. Aber ich würde doch noch mal ganz zwischenfragen, weil ich meine, ich habe ja gerade daran erinnert, dass die Kirchen sich dieses Themas eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten annehmen. Woran hat es denn gemangelt? Also warum war die Durchschlagskraft, ich meine, bei den Millionen Mitgliedern, wenn man sich überlegt, die Kirchen sitzen in allen erdenklichen Institutionen, Räten, Gremien, sie haben verfassungsrechtlich unglaublich viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Warum war das am Ende so schwach? Warum hat das nicht gereicht? Das muss ich erst wissen, damit ich verstehe, was man daran ändern kann. Tja, aber ich glaube, das kann ich tatsächlich auch gar nicht nachvollziehen. Das sind keine Sachen, die ich aktiv miterlebt habe. Das sind jetzt Erzählungen, die ich sozusagen bekomme. Aber Eckart lächelt schon so nett. Ich wollte Anna gerade ein bisschen in Schutz nehmen, weil sie nicht für alle Fehlentwicklungen der letzten 50 Jahre verantwortlich ist. Nein, natürlich nicht. Aber die Frage ist ja gerechtigt. Und ich habe auch, um einen Interessenkonflikt hier gleich offen zu legen, vor Ort ist die Fernanda Wolf-Metternich, meine Referentin, die für die Kirchen auch zuständig ist, wo wir auch beim Ökumenischen Kirchentag zusammen eine Bibelarbeit gemacht haben, genau zu diesem Thema. Und Anna, ich würde dich gerne unterstützen mit drei guten Argumenten, wo die Kirchen wirklich einen Plus haben. Das eine, was du gesagt hast, ist das weltumspannende Netzwerk. Das Zweite ist, dass sie ein Mehrgenerationendenken haben, was nämlich auch im Kern der Nachhaltigkeit immer schon extrem wichtig war. Die Idee der Nachhaltigkeit kommt ja auch aus der Forstwirtschaft, dass man über mehrere Generationen denken kann. Und vor allen Dingen haben sie eine Utopie im Sinne von einem antimaterialistischen Weltbild. Also die Botschaft der Kirchen zu sagen, diese Wachstumsideologie, diese Konsumdenke, dieses Primat der Wirtschaft, das ist nicht Teil dessen, woran wir glauben, was tatsächlich Menschen glücklich macht. Und über das Glück haben Richard und ich uns ja auch das erste Mal schon vor zehn Jahren getroffen. Diese Botschaften sind eigentlich total wichtig. Und die Frage, wenn man katholische und evangelische Kirche zusammendenkt, sind das über 40 Millionen Menschen in Deutschland, die darüber theoretisch zu erreichen werden. Das wäre eine absolute Mehrheit. Und die Kirchen könnten, Richard, du hast es gesagt, auf jedem konfessionellen Kindergarten Solarpenance haben. Sie könnten in jedem konfessionellen Krankenhaus eine pflanzenbasierte Planetary Health Diet anbieten. Sie könnten Vorreiter sein und ein Rollenmodell für, sozusagen, die Welt, wo wir hinwollen. Und zwar nicht erst nach dem Tod, sondern am besten jetzt schon. Und ich habe ein sehr, sehr spannendes Gespräch gehabt mit Annette Kenel, die ein Buch geschrieben hat über Nachhaltigkeit im Mittelalter. Und die hat mich auf einen Gedanken gebracht, den ich auch einfach mal hier in diese geistesgeprägte Runde einschmeiße. Sie sagte, ein Grund, sich fair zu verhalten den nächsten Generationen gegenüber, war im Mittelalter die Angst vor dem Fegefeuer. Warum? Weil man konnte aus dem Fegefeuer nur dann raus, wenn die Enkel für einen beteten. Das heißt, man wollte aus ureigenstem spirituellen Interesse nicht alle Ressourcen nur für sich, damit die Enkel nichts ganz so böse über uns denken. Und Joachim Schellenhuber hat ja sein Buch auch die Selbstverbrennung genannt. Wir machen uns gerade das Leben wirklich auf der Erde zur Hölle, zum Fegefeuer. Und unsere Enkel werden uns dafür hassen. Und deswegen finde ich diesen Gedanken, der damals im Mittelalter sozusagen natürlich ideologisch verbränt, mit Fegefeuer Angst gemacht hat. Das ist auch nicht mein Geschäftsmodell. Da ist auch was, wie die evangelische Kirche auch daraus entstanden, im Gegensatz zu den Katholiken. Finde ich aber trotzdem diesen Gedanken, was werden zukünftige Generationen über uns denken, wenn wir jetzt nicht handeln, den finde ich einen sehr, sehr starken Antreiber. Und da könnten die Kirchen wirklich eine große Rolle spielen. Ich bin sicher, die Kirchen diskutieren genau das. Kannst du mal skizzieren, was du glaubst, was von den Kirchen in den nächsten Jahren, auch in einem Nahhorizont, jetzt zu erwarten ist, was da groß geplant ist? Also ich meine, wir befinden uns ja in einer historischen Situation. Also mittlerweile hat diese Vorstellung, dass wir nicht weiterleben können wie bisher, nahezu jeden erreicht, den man erreichen kann. Also nicht jeden, aber alle diejenigen, die irgendwie überhaupt bewusstseinsmäßig erreichbar sind. Also diese Arbeit ist ja nun getan. Und jetzt ist ja wirklich die Frage, konkrete Strategien zu überlegen, wie müssen wir in Zukunft anders leben? Was kommt da von den Kirchen? Was können wir erwarten? Ich glaube, wir können von den Kirchen erwarten, dass sie genau diese Diskussion führen und noch viel mehr wieder versuchen, bei der evangelischen Kirche zumindest, die 20 Millionen Menschen da auch wirklich einzubeziehen und sie da abzuholen, wo sie stehen. Also nicht nur sozusagen auf einer Meta- und auf einer politischen Ebene, sondern auch ganz konkret vor Ort, weil ich glaube, die Probleme werden wir perspektivisch nur lösen, wenn wir wirklich den Großteil der Gesellschaft mitnehmen. Und ich glaube, gerade in den Gemeindestrukturen und vor Ort kann Kirche da immer noch ein Anknüpfungspunkt sein, wo wir die Menschen auch mit dem Thema wirklich nochmal essentieller in Berührung bringen. Sonst muss ich mir natürlich auch ein bisschen auf die eigene Fahne schreiben, dass wir als Kirche uns an der eigenen Nase packen müssen. Wir haben 2009 Klimaziele beschlossen. Die müssen umgesetzt werden. Die müssen gegebenenfalls auch nochmal nachgesteuert und verschärft werden. Wir sind eine riesige Institution, an der auch viele große Player auch hier in Deutschland dranhängen. Ich glaube, das muss auch institutionell einfach nochmal diskutiert werden. Und ich hoffe, dass wir das jetzt auch mit Vielfalt tun. Zumindest, wenn man jetzt auf die nächsten Parlamentssitzungen der Kirchen guckt, ist das ein Thema, was ganz oben aufliegt und schon heiß diskutiert wird. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir als Kirche in die gesamte Diskussion den sozialen Faktor schon auch nochmal mit reintragen. Also wie können, wie machen wir unsere Welt lebenswert und wie schaffen wir Konzepte, in denen den Menschen vielleicht auch nochmal bewusst wird, dass es sich lohnt, sich fürs Klima einzusetzen, weil unser Leben sehr lebenswert ist. Gerade jetzt nach der Pandemie habe ich oft das Gefühl, haben wir eh so viel, also schleppen wir so viel mit, wo wir das Gefühl haben, unser Leben ist doch gar nicht lebenswert. Und jetzt auch noch das ganze Klima erzeugen, das ist doch eigentlich eh schon alles gut. Diesen Menschen gesamtheitlich in den Blick zu nehmen, ich glaube, das können wir als Christen gut. Und dann hoffe ich, dass wir in den nächsten Jahren da ein starker gesellschaftlicher Player weiterhin sind, auch beim Thema Klima. Ist zu erwarten, dass in zehn Jahren auf allen evangelischen Kirchen Solarzellen sind? Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob in zehn Jahren Solarzellen noch das Top der Energieerzeugung sind, aber ich würde mir auf alle Fälle wünschen, dass wir in zehn Jahren am Puls der Zeit der Energie, Speicherung, Gewinnung und Nutzung sind und das natürlich möglichst nachhaltig. Ich glaube tatsächlich, da reden wir vielleicht als Kirchen auch an vielen Stellen zu wenig von dem, was wir tun. Es gibt fast in allen Landeskirchen ordentliche Klimaschutzkonzepte, gerade Gebäudemanagement ist ein riesiges Thema, wie man das nachhaltig aufbaut, wie man ordentlich damit wirtschaftet. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, Aber wie auch schon gesagt, ich glaube, auch wir können da genauso nachschärfen wie alle Institutionen auch. Mit dem Geld, was wir jetzt dafür ausgeben, die Hochwasserschäden zu beseitigen, hätte man wahrscheinlich einen gesamten afrikanischen Staat klimaneutral machen können. Die Kirche ist ja seit langer Zeit in der Entwicklungshilfe aktiv, ein wesentlicher Teil. Brot für die Welt und auch durch andere Organisationen, Entwicklungshilfe. Ist da auch mehr geplant im Hinblick auf Klimaschutz oder Biodiversitätsschutz? Das sind Themen, die sowohl bei Brot für die Welt als auch bei der Diakonie Katastrophenhilfe ganz oben aufliegen. Und ich finde, die Flutgeschichte ist eigentlich auch sehr exemplarisch dafür, welche Rolle der Kirche hat. Natürlich hat Diakonie Katastrophenschutz und Brot haben gesammelt für die Flutopfer hier in Deutschland. Sie haben aber, als jetzt die Flut in Haiti war, genauso darauf aufmerksam gemacht, in der gleichen Weise eine Spendenkampagne gefahren, die natürlich hier in Deutschland deutlich weniger Aufsehen erregt hat, weil wir nicht mehr so unmittelbar betroffen sind. Aber die das genau im Blick haben, sozusagen nicht nur die lokalen, sondern eben die globale Perspektive. Und ohne dass ich jetzt da sozusagen Herr Lili oder Frau Brün vorwegnehmen würde, ich glaube, das ist auf alle Fälle das Thema, was auch bei denen oben aufliegt, weil Sie auch merken, dass das Klimathema in den letzten gerade auch jetzt Monaten das geworden ist, womit die Leute hier in Deutschland ansprechbar sind. Also auf Klimakatastrophen und Notstände, und das sind ja dann auch ganz essentiell betreffende Notstände, in anderen Ländern aufmerksam zu machen. Damit erreichen wir die Menschen wahrscheinlich viel besser als mit der Predigt, die am Sonntag nur sagt, hey, es gibt viele Menschen auf der Welt, die das betrifft. Ich finde das fast ein bisschen tragisch, dass erst irgendwas Schlimmes passieren muss und wir sehen müssen, was in Haiti passiert, dass wir sagen, oh, da müssen wir hingucken und helfen. Aber das ist wahrscheinlich gerade der Puls der Zeit, dass es das irgendwie braucht, um wachzurütteln. Und ich finde es zumindest jetzt in meinem Medienkonsum auch sehr spannend, welche Rolle da zum Beispiel jetzt auch Social Media einnimmt. Dass ich viel direkter Bilder mitbekomme, was in Haiti passiert, weil jemand was postet, was in Belarus passiert, was in Afghanistan am Flughafen passiert. Und dadurch dieses Unmittelbare, ich bin dem Menschen nahe, viel mehr in den Mittelpunkt rückt. Und ich hoffe, dass wir das als Kirche auch irgendwie noch mal mehr in den Blick rücken, das wirklich an vielen Stellen. Und ich glaube, wir nutzen das da nicht aus, aber das zu personalisieren und zu personifizieren, weil ich glaube, so erreichen wir die Menschen und können hoffentlich alle bei dem Thema mitnehmen. Zum Thema konkrete praktische Strategien, Eckart. Da hast du dir eine ganze Menge ausgedacht. Also du bist ja nicht nur als Mahner aufgetreten, sondern du versprühst deinen für dich typischen Optimismus auch in der dunklen Klimafrage und sagst, wir können noch ganz, ganz viel schaffen. Kannst du uns mal einen Einblick geben in dein ganz konkretes Wirken und in die Dinge, die du ganz praktisch tust? Mein Optimismus ist gerade sehr gedämpft, ehrlich gesagt. Also ich hatte ja die Chance, da zum Bericht des Weltklimarates auch in den Tagesthemen in den Kommentar zu sprechen. Und die Katastrophe ist da. Also das, was wir ja immer so gefühlt hatten, und das ist auch Teil der Verzögerung der letzten Jahrzehnte. Wir dachten immer, das kommt irgendwann, aber wenn es dann da ist, dann können wir immer noch was machen. Und als ich damals, wo die Fridays angegriffen wurden, mit die Scientists for Future gegründet habe, war das auch einer der Game Changer in meinem eigenen Kopf, nämlich dieser Stellenwert von Irreversibilität, von Nichtumkehrbarkeit, von planetaren Grenzen. Das hatte ich bis vor zwei, drei Jahren auch selber überhaupt nicht auf dem Schirm, wie nah wir jetzt schon an diesen Kipppunkten sind. Und wir nähern uns sehr, sehr schnell diesen Punkten, wo wir mit keinem Geld der Welt mehr rückwärts wieder was gut machen können. Und auf eine Art und Weise verhalten wir uns da alle total kindisch, naiv, nämlich wie so ein Kindergartenkind, wo ich habe das kaputt gemacht und dann muss es einem leidtun und dann wird einem wieder verziehen. Und das ist halt nicht so mit planetaren Grenzen. Wenn der Permafrost aufgetaut ist, wenn die Arktis eisfrei ist, wenn der Regenwald heute schon an Stellen mehr CO2 abgibt, als er resorbiert, dann ist das die Vollkatastrophe. Und dann haben Entwicklungen begonnen, wie so Domino-Steine ineinander zu greifen, die wir eben auch nicht mehr zurückdrehen können. Und ich mache mir vor allen Dingen Gedanken, und deine Frage war ja, was tue ich konkret? Wie kriegen wir die Mitte der Gesellschaft dafür begeistert? Also eine intellektuelle Elite, die muss man nicht mehr überzeugen, aber die schafft halt da keine Mehrheiten. Und konkret unterstütze ich im Moment mit mehreren NGOs zwei Aktionen. Das eine ist der Klimawahlcheck. Da steckt German Zero und NABU und BUND und viele andere von der Klimaallianz, auch gesunde Erde, gesunde Menschen dahinter, dass man wirklich den Menschen die Wahlprogramme nebeneinander legt und sagt, das muss jetzt Priorität sein. Und wenn euch das und das wichtig ist in Landwirtschaft, in Energie, in Mobilitätswende, dann guckt doch mal, wer was verspricht und wo wirklich was drinsteht, weil diese Arbeit macht man sich ja normalerweise nicht vor einer Wahl. Aber diese nächste Wahl ist historisch extrem bedeutsam. Der zweite Gedanke, und deswegen auch an dieser Leuphana wahrscheinlich richtig platziert, weil da viele junge Menschen auf einem Haufen sind, überlegt euch, mit wem ihr noch vor der Wahl sprechen könnt, der eine Stimme hat. Also es gibt die Idee Enkelkinderbriefe. Wenn man sich anguckt, wer hat Trump gewählt? Wer war für den Brexit verantwortlich? Das waren maßgeblich ältere Wähler über 60, denen Angst gemacht wurde. Es ist sehr einfach, Leute in konservative, reaktionäre Denkmuster zu bringen. Unter Angst, unter Stress gehen unsere Scheuklappen zu und wir wollen eigentlich nur, dass es wieder so ist wie früher. Es wird aber nie mehr so wie früher. Aber eine Partei oder mehrere Parteien, die versprechen, mit uns geht es weiter so wie früher, die sind erst mal sehr attraktiv. Und deswegen ist diese Enkelkinderbriefe für mich eine sehr, sehr tolle Grundsatzidee, nämlich dass die Menschen unter 30, mit denen über 60 dringend reden sollten, wen man wählen kann und wen nicht. Das heißt also, natürlich mache ich keine Wahlempfehlung für irgendeine konkrete Partei, aber die Empfehlung ist, auf alle Fälle redet mit Menschen, die vielleicht nicht zur Wahl gehen oder redet mit Menschen, deren Stimme tendenziell noch für ein weiter so ist. Und salopp gesagt, das Teuerste, was wir jetzt machen können, ist nichts. Also je länger wir keinen konsequenten Klimaschutz, je länger wir nicht konsequent wirklich Emissionen senken, desto teurer und unbelebbarer wird es nach vorne raus. Deswegen ist diese Wahl so wichtig und das ist etwas, was mich sehr umtreibt, auch diese Wochen. Und der dritte große Bereich ist, welche Rolle haben die Ärzte, welche Rolle haben die Pflegefachkräfte, welche Rolle haben die Trusted Agents in der Kommunikation aus dem Gesundheitsbereich? Da kommen wir gleich noch drauf, aber die Antwort war schon lang genug. Naja, ich hätte zumindest eine Nachfrage, was die Politik anbelangt. Wenn du von einer historischen Wahl sprichst, dann scheinst du anzunehmen, dass es denkbar ist, dass wenn es gut ausgeht, wir eine Regierung bekommen, eine Regierungskoalition aus zwei oder drei Parteien, der du tatsächlich zutraust, das Ruder so umzureißen, dass wir im Rahmen des Möglichen alles tun. Glaubst du das wirklich? Nimm doch nicht den jungen Menschen alle Hoffnungen, du alter weißer Mann. Ich bin ja natürlich auch realistisch, dass im Moment keine der Parteien ein ernsthaftes Wahlprogramm hat, was ein anderthalb Grad Ziel einhält. Auf der anderen Seite sehe ich auch die ganzen Gutachten vom Wuppertal-Institut rauf und runter. Das Tragische an der Situation ist doch, dass wir wissen, was wir tun müssten. Es gibt auch erneuerbare Energien, die sogar günstiger sind und immer noch subventionieren wir Kohleabbau. Wie krank ist das denn? Also es wäre ja der erste Schritt, und das würde ich einer Regierung schon mal zutrauen, mal aufzuhören, das Falsche zu subventionieren, sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene. Das sind die ersten Milliarden, die man sofort zur Verfügung hätte. Und mein Bruder ist Forschungsdirektor am DEW, der hat bei der Kohlekommission diese ganzen Gutachten geschrieben, geht inzwischen auch demonstrieren im Hambacher Forst, weil er auch sagt, Wissenschaft alleine hilft nicht. Wir müssen wirklich den politischen Druck erhöhen, und dazu sind nun mal Wahlen da. Und deswegen, auch wenn meine Hoffnung begrenzt ist, dass diese nächste Konstellation, wo noch keiner im Moment weiß, wie die aussieht, sofort ins Handeln kommen, besser als jetzt muss es werden. Ich finde ja den Gedanken eigentlich ganz spannend, Eckart, wie du sagst, also dass das hinten raus in der Wahlentscheidung mündet, ist ja nur das Ergebnis. Eigentlich hast du ja gesagt, die jungen Menschen, denen du sozusagen zuschreibst, dass sie irgendwie WachmacherInnen bei dem Thema sind, die sozusagen dieses Thema oben aufliegen haben, die haben die Verantwortung, mit Generationen zu sprechen, bei denen dieses Thema vielleicht nicht so stark oben aufliegt. Ich meine, das ist ja erst mal die Kernbotschaft, könnte man also sagen, oder würdest du dann sagen, dass dieses Thema nur an Wichtigkeit gewinnt, wenn es sozusagen von Person zu Person, persönlich in der Beziehungsebene weitergegeben wird? Das wäre jetzt das, was ich sozusagen rausgehört hätte, wenn ich alles Politische weglasse. Wenn ich schaue auf meine eigenen Eltern, die mit den Kindern von meinen Geschwistern sehr intensiv im Austausch sind, und mein Vater ist auch kein Herr Hemms, der war jahrelang Fan der FDP. Die war auch mal eine respektable Partei. Schon lange her, das war vor deiner Zeit, Anna. Aber wer heute immer noch glaubt, dass der Markt das alles regelt, kann gerne das Deutschlandstreitgespräch mit dem FDP-klimapolitischen Sprecher hören, wo ich gesagt habe, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Markt und mir. Dem Markt sind Menschen egal, mir nicht. Und deswegen glaube ich eben, dass auch bei allen technischen Innovationen, neulich hat Elon Musk einen Preis ausgerufen, wer erfindet eine Maschine, die CO2 binden kann. Da haben kluge Leute getwittert, dürfen sich auch Bäume bewerben. Ja, also manchmal sind die Sachen so offensichtlich, dass wir immer noch denken, wir erfinden den großen Staubsauger für CO2. Und im Moment verbrennen wir an einem einzigen Tag so viel Kohlendioxid, wie Mutter Erde in tausend Jahren gebildet hat. Dass das nicht zusammenpasst, da muss man noch nicht mal Klimawissenschaft dafür sein. Aber es fehlt die Anschauung, es fehlt die persönliche Ebene. Und deswegen, Anna, was du gesagt hast, ich glaube sehr stark an dieses persönliche Gespräch, weil die Leute gucken Nachrichten, die Politik ist weit weg. Und die Menschen, auf die noch gehört werden, sind einerseits die persönlichen Kontakte in der Familie und einfach über Werte zu reden. Nicht über Parteien und nicht erstmal über wen findest du gut und wen nicht, sondern was ist dir wichtig? Oder im christlichen Kontext auch, was ist dir eigentlich heilig? Was sollte eigentlich heil bleiben? Wie wichtig ist dir ein Waldspaziergang? Wie wichtig ist es? Ich habe im Buch auch ein Foto von mir als Vierjährigen, wie ich in die Ostsee springe. Ich kann heute nicht mehr einfach in die Ostsee springen, weil da Vibrionen sind, weil da tote Zonen sind, weil da kein Sauerstoff mehr drin ist und, und, und. Wo ist die Unbeschwertheit? Wo ist auch die Trauer und die Wut über das, was wir in den letzten 50 Jahren zerstört haben? Und das sind ganz persönliche Gespräche, wo du praktisch mit jedem Menschen an einem konkreten Erlebnis rankommst. Und wenn man dann auch noch sagt, wusstet ihr eigentlich, dass mehr Menschen im letzten Sommer an Hitze gestorben sind als an Corona? Plötzlich redest du über, ja, was ist denn mit den vulnerablen Gruppen, mit den sozial Schwachen, die nicht alle einen Garten haben, die nicht alle eine Kühlanlage haben, die in Altenheimen sind, ohne irgendeine Klimaanlage, ohne Verschattung, ohne Dachbegrünung und, und, und. Da kommen wirklich auch mit diesem Witzelinsel-Effekt auf die Städter unglaubliche Belastungen zu. Und als erstes sterben natürlich wieder die Vorerkrankten, die älteren Menschen, die Schwachen. Müsst ihr nicht angesichts der Lage, Eckart, die du gerade skizziert hast, und man jetzt wirklich sagen kann, ich meine, es gibt ja diese Redensart, wir haben fünf vor zwölf, die kenne ich seit 40 Jahren. Seitdem scheint der Zeiger stehen geblieben zu sein. Ja, wir haben irgendwie immer noch fünf nach zwölf, aber nach den Berichten, die wir jetzt mittlerweile von Wissenschaftlern bekommen, dürfte der Zeiger eigentlich auf der zwölf schon klemmen. Und man sich die Frage stellt, muss ich in einer solchen historischen Situation, wo wir also wirklich im sehenden Angesicht sehen, dass in einigen Jahrzehnten die Erde nicht mehr eine angemessene Biosphäre für den Menschen sein wird, weil wir diese Biosphäre zerstört haben. Müssten die Kirchen da nicht wirklich radikal werden? Also ich meine, das ist eine schöne Sache, viel reden, die Leute überzeugen, bin ich immer für. Es ist immer was Großartiges. Aber die Lage ist ja so unfassbar ernst, dass man sich doch jetzt aus dem Fenster lehnen müsste und müsste das, was Eckart angeprangert hat, warum wird Flugbenzin subventioniert, warum wird weiter Kohle angebaut, warum bauen wir immer noch wahnsinnig unvernünftig große Autos, die bis zum Teil 17 Liter verbrauchen, einen riesen CO2-Ausstoß haben, warum gibt es immer noch Billigkreuzfahrten und wir warten nur darauf, dass das Geschäft wieder losgeht. Wir tun ja immer noch so, als wäre das alles nicht da, also als wären diese bösen Nachrichten nur im Fernsehen und als würden die gar nicht in der Realität stattfinden. Ist das nicht eine Lage, wo die Kirche die Erde bewahren, die Menschen bewahren, die Schöpfung bewahren, viel, viel stärker auftreten müsste und sagen müsste, definitiv geht es nicht weiter wie bisher? Ich glaube, das sagt die Kirche, das sagen die Kirchen, ich glaube, das sagen die Kirchen weltweit. Ich glaube, an allen Punkten, die du gerade aufgezählt hast, muss man schon entscheiden, wer dann sozusagen auch gesellschaftlich, politisch am Hebel sitzt. Also wer entscheidet am Ende? Am Ende können die Kirchen nicht entscheiden, ob Flugreisen in oder Ausland erlaubt sind. Das muss die Politik entscheiden. Ich glaube, die Aufgabe von Kirche, von der Gemeinschaft der Christinnen kann wirklich sein, diese Botschaft weiterhin in den Mittelpunkt zu stellen und die Menschen anzusprechen. Und da sind wir natürlich an dem Kernproblem von Kirche, dass unsere Mitgliederzahlen auch runtergehen, dass wir von den großen 20 Millionen natürlich auch nur noch einen Bruchteil erreichen. Und ich glaube, in dieser Waage zwischen den Menschen wieder mehr in den Blick nehmen, dass sich auch wieder mehr Kirchenmitglieder von uns angesprochen fühlen und wir auch überhaupt die Chance haben, aktiv unsere Themen bei denen zu platzieren und auf der anderen Seite sich politisch einzubringen. Ich glaube, das ist wirklich was, was gut austariert sein muss, dass man aus dem Christsein heraus und aus der zumindest hier gut praktizierten Trennung zwischen Kirche und Staat nicht irgendwie in ganz gefährliche Querlagen kommt. Aber mal ganz kleine Nachfrage. Hat die Kirche Angst davor, dass Leute aus ihr austreten, wenn sie die Klimaziele radikaler formuliert? Die Kirche formuliert ihre eigenen Klimaziele radikal und es gibt starke Bewegungen innerhalb der Kirche. Es gibt nicht nur Fridays for Future, es gibt auch Churches for Future, es gibt Christians for Future, die auch mit radikal aktivistischeren Gruppierungen kooperieren und da kein Hehl draus machen und das ist total in Ordnung und das hat alles Platz in unserer Kirche. Ich glaube, da hat niemand Angst davor. Ich wüsste jetzt, ich glaube auch nicht, dass das zahlenmäßig irgendwie erhebend, also irgendwie eine relevante Größe kommt, aber ich glaube, diese, wo setzen wir uns sozusagen auf eine aus uns Begründeten heraus Metaebene für dieses Thema ein und wo wird es einfach zu konkret und dann eben auch parteipolitisch und da sind wir natürlich jetzt kurz vor der Bundestagswahl irgendwie auch in einer heiklen Situation. Ich finde, Eckart, du hast es ja versucht irgendwie charmant zu sagen, wir müssen uns da schon auch bewusst entscheiden und ich möchte aber keine Parteiempfehlungen abgeben. Das finde ich ist... Noch nicht mal für eine christliche. Das ist für mich natürlich als Kirchenvertreterin noch viel heikler, weil wir sind am Ende eine Gruppe an Menschen, die genauso divers ist wie unsere Gesellschaft und genau das ist, glaube ich, der riesige Mehrwert, den wir als Kirche haben und ich glaube auch bei dem Thema, dass wir unterschiedlichste Menschen erreichen und mit dem Thema in Berührung bringen können, eben nicht nur die KlimaaktivistInnen, sondern dass in Kirchen auch Menschen sind, die sagen, das ist mir doch alles total egal, solange mein Garten schön grün ist, ist mir wurscht, was in den Städten passiert, weil ich lebe hier im Land und mir geht es gut, dass wir alle diese Menschen noch irgendwie unter unserem Dach haben und ich glaube, das braucht ein Feingefühl, sich dann auch nicht zu stark in parteipolitisches Tagesgeschehen sozusagen einzumischen, um diese Gesprächsbereitschaft, diese persönliche Ebene zu den Menschen nicht zu verlieren. Wir sind ja auf der Utopie-Konferenz und bislang ist ja das meiste, was wir gesagt haben, deprimierend. Ja, also klar, es ist nicht deprimierend zu sagen, die Anzahl der Menschen, die in Klimabewusstsein erwächst. Es ist nicht deprimierend zu sagen, man muss über den Dialog versuchen, so viele Menschen wie möglich zu überzeugen. Trotzdem ist es ja eigentlich so, dass wir überwiegend aufgezählt haben, was alles schiefläuft und wie schwierig es ist, wirklich beherzt etwas dagegen zu tun. Jetzt würde ich den Spieß natürlich gerne rumdrehen und fragen zum Thema Utopien. Jetzt formulieren wir das doch mal umgekehrt. Formulieren wir doch mal, Eckart, wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, was würde dann in welcher Reihenfolge demnächst passieren? Ich habe tatsächlich als letztes Kapitel eine Utopie formuliert, wie ich am 1. Januar 2050 aufwache mit über 80 und zurückschaue, was gelungen ist. Wirklich eine der zentralen Dinge ist die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen und wofür wir Energie ausgeben und wie viel Wärme wir verbrauchen und wie viel Strom und wo der herkommt. Und da würde ich mir so sehr wünschen, dass das Gesundheitsargument, was bisher praktisch nie eine Rolle spielte, wirklich nach vorne kommt. Kleines Beispiel, als ich noch Pflegepraktikant war und ein Thermometer runterfiel, dann wurde das ganze Zimmer evakuiert, weil da Quecksilber drin war. Das waren diese analogen Quecksilber- Thermometer und es hieß immer Quecksilber, es waren sich giftig. Die unterste Hierarchieebene, damals eben der Pflegepraktikant Tirschausen, wurde dann ins Zimmer geschickt und musste diese kleinen Kügelchen aussammeln. Ich bin fast vom Glauben abgefallen, als ich lernte, dass die Kohleverstromung in Deutschland über fünf Tonnen Quecksilber jedes Jahr in die Luft setzt, weil das eine Beimengung ist von der Braunkohle. Das ist die dreckigste und gesundheitsschädlichste Art, Energie zu erzeugen. Das heißt, die Utopie wäre für mich sehr einfach, nämlich Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen und erträgliche Temperaturen. Und alle diese vier Grundpfeiler für unsere Physiologie, für unsere Biologie sind gerade in Gefahr. Und deswegen glaube ich, müssen wir wirklich sagen, die größte, der größte Killer aktuell ist Luftverschmutzung. 8,8 Millionen Menschen sterben jedes Jahr vorzeitig durch Luftverschmutzung. In Deutschland wird unsere Lebenserwartung um zwei bis drei Jahre verkürzt durch Luftverschmutzung. Das heißt, meine Utopie wäre, wenn man sagt, geht doch mal an die frische Luft, dass die Luft schon mal frisch ist. Meine Utopie wäre, dass wir in Gewässer rein springen können, dass wir durch den Wald laufen, der wieder grün ist und nicht braun und Borkenkäfer befallen, dass wir, ich habe einen sehr konkreten Gedanken, ich mache demnächst mit dem Bebetorfenorchester ein Konzert. Ich habe immer so diese Utopie, dass wir ein Quartett an einer Straßenkreuzung machen und weil da keine Autos fahren, hört man die Geige und die anderen Instrumente miteinander an der Kreuzung. Das heißt, wie schön könnten wir es haben in Städten, wenn die nicht voller Autos wären. Und diese SUV-Attacke von dir, die kann ich sehr unterstützen. Ich habe als Kabarettist natürlich auch ein Bühnenprogramm, wo ich dann sage, Mensch, mit einer einzigen kleinen ordnungspolitischen Vereinbarung hätte man das SUV-Problem gelöst, weil im letzten Jahr wurden über eine Million von den übermotorisierten Schlüsseln zugelassen. Und dann tue ich immer so, als würde ich unterstellen, dass die Leute alle im Gelände wohnen und eben nur mit dem Geländewagen überhaupt in den Sumpf, in die Berge, in die Wüste kommen, da wo sie wohnen. Und sage ich, aber wenn die Brötchen holen müssen und sie meinen, sie brauchen die PS von einem Traktor und auch den Stahl von einem Traktor um sich herum, dann sollen sie auch schon schneller fahren dürfen wie ein Traktor. Also 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit für SUVs, das Problem wäre aus der Welt. Dann hätten die Leute, die tatsächlich einen Geländewagen brauchen, einen, weil man sehr viel schneller kann man im Gelände auch nicht fahren. Und alle anderen würden endlich wieder Platz machen. Das heißt also, diese Idee, dass wir jetzt das alles elektrifizieren, aber immer noch dieses größer, weiter, höher, teurere Autos, noch mehr Gewicht auf die Straße bringen, dass wir das nicht umkehren, dass das, das, das verstehe ich nicht. Warum ist Elektrifizierung immer mit Auto verbunden, nicht mit Fahrrad? Ich habe jetzt ein Lastenrad seit einem Jahr und das nehme ich wirklich für viele Fahrten, wo ich früher ein Auto genommen habe. Das ist für mich etwas, wo ich, wo ich in Berlin, in der Friedrichstraße mich so freue, dass man jetzt plötzlich wieder Cafés an der Straße hat, an dem Abschnitt, wo für Autos gesperrt ist. Das sind ganz, ganz nahe, greifbare Utopien, wo ich auch mit Harald Welzer lange diskutiert habe, weil er sagte, das Beste ist immer, wenn es einen Ort gibt, wo das schon mal funktioniert hat. Dann kann nämlich keiner mehr sagen, dass es nicht geht. Und jedem kann ich empfehlen, einmal in Kopenhagen eine Woche Fahrrad zu fahren. Wie schön das da ist. Das ist eine der lebenswertesten Städte, das ist eine der glücklichsten Gesellschaften, die wir haben. Und die haben 80% Bio einfach vorgeschrieben für ihre Krankenhäuser und Kantinen und Kitas und Schulen und zack verändert sich die Nachfrage nach einer bestimmten Landwirtschaft. Also das sind sinnvolle staatliche Maßnahmen. Hey, ich sehe doch, du hast deinen Optimismus zurückgewonnen. Das ist die gute Nachricht aus all dem, was du erzählst. Ich möchte jetzt trotzdem in der Schlussviertelstunde die Gretchenfrage stellen. Nicht die alte Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Religion, sondern die Gretchenfrage der Utopie-Konferenz, wie hältst du es mit dem Kapitalismus? Stell die deswegen, weil Carola Rakete hatte heute Mittag gesagt, das Wichtigste, was wir machen müssen, wenn wir tatsächlich noch den großen Umschwung schaffen wollen, die Menschheit zu retten, wäre sich etwas anderes auszudenken als den Kapitalismus, weil das innerhalb des Kapitalismus systembedingt nicht funktionieren kann. Und da möchte ich jetzt die Frage stellen an euch beide. Glaubt ihr, dass der Kapitalismus, wer auch immer das so ganz genau ist, reformfähig ist, also innerhalb des bestehenden Systems, es tatsächlich rechtzeitig schaffen? Oder glaubt er, dass die Verwertungsinteressen des Kapitals beharrlicher sind als alle Anstrengungen, die wir machen können, um die Erde künftig bewohnbar zu halten? Ich würde mir da ansetzen, Eckart, wo du aufgehört hast. Ich bin jetzt hier im Basiscamp utopisch teil. Da hatten wir beim Mittagessen auch ein bisschen darüber gesprochen. Und das, was du gerade beschrieben hast, Eckart, sind ja, also für mich, für dich ist das eine Utopie. Für mich ist das hoffentlich die Zukunft. Also ich gehe eigentlich davon aus, es ist einfach unser Ziel und nicht unsere Utopie. Alles das, was du beschrieben hast. Aber jetzt auch mit dem Kapitalismus zusammen, ich würde mir dann ein Umdenken wünschen. Also in meiner utopischen Vorstellung ist in Zukunft teilen, sharen von Fahrrädern, auch von E-Autos. Das ist sozusagen der Standard und nicht mehr das Eigentum. Das besitze ich, das ist meins und ich habe, wir schaffen jetzt auch gerade ein Lastenfahrrad und ein E-Fahrrad dazu an, dass wir zu zweit unterwegs sein können. Und ich weiß auch, dass das viereinhalb Tage von sieben Tagen nur in der Garage stehen wird und eigentlich darauf wartet, von anderen genutzt zu werden. Wir jetzt dabei sind zu gucken, nutzen das die Nachbarn mit, dass das sozusagen in Zukunft auch unser gesellschaftliches und dann vermutlich auch das kapitalistische System umdreht. Zu sagen, teilen ist die Zukunft und nicht mehr eigentümlicher Besitz. Das bedeutet also, dass sich der Kapitalismus durch gute Ideen von innen heraus so reformiert, dass er entweder ganz lieb wird oder irgendwann etwas anderes? Das wäre meine utopische Vorstellung. Okay, Eckart? Naja, BlackRock hat schon angekündigt, dass sie keine, also diese riesen Venture-Capital-Firma, dass sie nicht mehr in fossile Energie investieren wird. Also das sind keine linken Ökospinner mehr, die das sagen, sondern das sind die härtesten Kapitalisten, die wir hier auf dem Planeten haben. Und wenn man sich anguckt, was Ilona Otto am Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung in ihrer Studie über Social Tipping Dynamics geschrieben hat, dann ist der Finanzsektor eine der ganz, ganz schnell beweglichen Dinge. Das heißt also, mit neuen Spielregeln kann man da sehr, sehr schnell was verändern. Jeder, der hier zuhört, könnte fragen, habe ich denn schon Ökostrom? Ist mein Konto auf einer nachhaltigen Bank? Wenn ich mit meiner Oma sowieso über die Enkelkinderbriefe spreche, frage ich die doch auch mal, bei welcher Bank sie eigentlich das Geld angelegt hat, was ich irgendwann vielleicht mal erben könnte und, und, und. Das ist ja ein Riesentabu, über Geldanlage zum Beispiel zu sprechen. Damit geht es los, dass man den Leuten, die diese Erde am schnellsten zerstören, das ist maßgeblich die fossile Energie, den Stecker abdreht, indem man einen CO2-Preis festsetzt, der so hoch ist, dass es weh tut. Und wenn man die Schäden einpreist, sagt das Umweltbundesamt, ist man mindestens bei 200 Euro pro Tonne. Und im Moment sind wir irgendwie bei 50. Und wir haben seit dem Emissionshandel, haben wir erst mal die ersten zehn Jahre irgendwie bei völlig irrelevanten Werten herumgedümpelt. Das heißt also, selbst diese Marktinstrumente haben überhaupt nicht funktioniert. Man kann den Kapitalismus als Ganzes wahrscheinlich schwer abschaffen, aber er braucht auf alle Fälle Spielregeln, die gemeinwohlorientiert sind. Und das heißt zum Beispiel eben, die Schäden einpreisen und ehrliche Preise zu bezahlen. Und nochmal, um ein bisschen saloppes Beispiel zu geben, in dem Moment, wo man verordnen würde, dass man für jedes Kilo Fleisch an der Supermarktkasse so einen 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommt, dann wird dir plötzlich bewusst, was du da einkaufst. Und dann heißt es von der Kassiererin so, das haben sie mit eingekauft, das nehmen sie jetzt schön mit nach Hause, schauen sie mal, wo sie das entlagern. Die Flächen in der Landwirtschaft können nicht mehr Gülle ab, aber vielleicht haben sie zu Hause noch ein Plätzchen, brauchen sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Du änderst Verhalten in der Sekunde, wo du auch die Konsequenzen transparenter machst, in den Preisen. Warum haben wir nicht am Supermarkt eine Regalbeschriftung, wo der CO2-Rucksack von den Dachen drinsteht? Ich glaube, die Menschen sind lernfähig und auch Preise müssen, sagen, Wahrheit ausdrücken. Und das tun sie im Moment überhaupt nicht, erst recht nicht aus Sicht der Zukunft. Und deswegen fände ich das auch eine spannende Frage. Aber nachdem du uns immer Löcher im Bauch gefragt hast, würde ich doch gerne mal wissen, wie du das siehst mit der Gretchenfrage und dem Kapitalismus. Ja, also als wenn ich eine einfache Antwort darauf hätte. Ich finde die Frage natürlich auch spannend. Und eins ist klar, ich meine, keine Partei wird bei uns in absehbarer Zeit den Kapitalismus abschaffen und ein unglaublich gutes Alternativmodell dafür haben. Also wir müssen ja ganz realistisch sein, wenn sind es tatsächlich, und ich glaube, das teile ich mit euch, sind es Veränderungen im Inneren des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ja enorm anpassungs- und veränderungsfähig. Ich meine, der Kapitalismus, der die Kinder in die Bergwerke geschickt hat, der Manchester-Kapitalismus ist nicht der gleiche wie die soziale Marktwirtschaft. Und es kann natürlich durchaus sein, dass er sich evolutionär weiterentwickelt, sodass er also seine andere hässliche Fratze, also nicht nur die der Ausbeutung von Menschen, sondern der Ausbeutung der Natur, dass das geringer wird. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Was ich aber glaube, und das ist das, worüber wir hier berechtigterweise vielleicht nicht gesprochen haben, was sich aber für mich mit dem Klimathema und dem gesamten Ökothema aufs Engste verbindet, ist immer die Sache, wenn wir tatsächlich keine Kreuzfahrtsschiffe mehr bauen, dann können wir vielleicht Schiffe bauen, also zwei deutsche Werften bauen, unglaublich viele Kreuzfahrtsschiffe, könnten wir Schiffe bauen, die den Müll aus dem Meer fischen. Aber das können wir nicht von heute auf morgen. Das dauert, das muss subventioniert werden, das wird zwischenzeitlich zur Arbeitslosigkeit führen. Wenn wir nicht mehr wie im ganz großen Stil Autos für die Welt produzieren, weil Autos im 21. Jahrhundert als Fortbewegungsmittel enorm an Relevanz verlieren werden, dann bedeutet das im deutschsprachigen Raum zwei Millionen Arbeitsplätze, die da dranhängen. Also 800.000 an der Automobilindustrie, zwei Millionen einschließlich der Zulieferindustrie. Und jetzt haben wir das Problem, dass die Politik durch nichts so bedrohbar ist, als durch Arbeitslose. Also die Menschen haben deutlich mehr Angst vor Arbeitslosigkeit als vor dem Klimawandel. Das ist auch im Jahre 2021 leider noch der Fall. Und in dem Moment, wo die Arbeitslosigkeit in Deutschland stark steigen wird, werden die ganzen Klimafragen in den Hintergrund drücken. Und es werden all die Leute, die sagen, das Wichtigste ist Arbeit zu schaffen und so weiter. Ich habe tatsächlich jetzt Wahlplakate gesehen. 2021, das Wichtigste ist Arbeit schaffen. Und das kann nicht sein. Das heißt also, wenn wir nicht unsere Sozialsysteme transferieren, ja, wenn wir keine großen Veränderungen machen hin zum Grundeinkommenssystem, dass Arbeitslosigkeit nicht mehr der Hauptschrecken unserer Gesellschaft ist, dann werden wir, das glaube ich jedenfalls, die ökologische Transformation nicht hinbekommen. Das ist auch der Pferdefuß bei Parteien, die durchaus ein großes Bewusstsein haben für das, was ökologisch getan werden muss, dass nicht genug soziale Ideen dahinter sind, was man nicht noch alles verändern muss, damit man tatsächlich eine entsprechende ökologische Politik machen kann. Also die Bedrohbarkeit durch Arbeitslosigkeit, wenn die nicht verschwindet, glaube ich, werden wir es nicht schaffen. Und deswegen ist wichtig, dass wir die beiden Dinge zusammendenken. Und was ich auch denke, ist, es darf nicht sein, dass Parteien, die eine ökologische Transformation vorantreiben, erpressbar sind dadurch, dass man sagt, das können sich die Niedriglöhner, die können sich das nicht leisten. Wir brauchen also eine umfassende Steuerreform, dass Leute, die in Deutschland unter 20.000 oder 25.000 Euro im Jahr verdienen, dass die überhaupt keine Steuern zahlen. Da macht es nämlich auch nichts aus, wenn sie mehr fürs Benzin bezahlen müssen. Das heißt also, wir dürfen das nicht auf dem Rücken der Niedrigverdienenden machen. Und es ist ja erstaunlich, dass Parteien wie die FDP oder CDU plötzlich ihr Herz für die Leute entdecken, die wenig Geld in der Tasche haben und sich das Benzin nicht mehr leisten können. Ja, und das könnte man ganz einfach machen, indem man umfassende Steuerreformen braucht. Ich wollte nur sagen, ich glaube, dass diese Sachen, also alles das, was wir technisch machen können, das, worauf wir in Zukunft verzichten müssen, also Veränderung unseres Lebenswandels, einhergehen muss mit großen sozialen Transformationen. Aber ich will ja nicht das Schlusswort sprechen, sondern ich hätte in den letzten fünf Minuten gerne eure Statements dazu. Ich will nochmal auf dein Stichwort Verzicht eingehen, weil ich verzichte gerne auf Herzinfarkt und Schlaganfall beispielsweise. Was in der Planetary Health Bewegung, in dieser One Health Bewegung, dass wir die Gesundheit von Menschen in der Abhängigkeit von der Gesundheit des Erdsystems und der Gesundheit der Tierwelt und der Biodiversität stärker verstehen, ein ganz, ganz zentraler Punkt ist, ist die Idee von den Co-Benefits, dass wir das nicht machen, sagen, aus protestantischem Selbstkasteiungstrieb, sondern dass wir sagen, wenn ich zum Beispiel pflanzenbasiert mich ernähre, ist das gut für meinen Körper, es ist gut für die Tiere und es ist gut für den Planeten. Das ist diese Co-Benefit-Idee. Wenn ich mit dem Fahrrad durch eine Stadt fahren kann wie Berlin, ohne dass ich vom Lkw übermüdet, ohne Spiegelsystem überfahren werde, das ist doch kein Verzicht, sondern es ist ein Gewinn an Lebensqualität. Und deswegen gerne mein Schlusswort, überlegen wir doch mehr darüber, wie schön wir es haben könnten mit dem, was hier vorhanden ist. Und da knüpfe ich an, an ein Gespräch, was ich mit Jane Goddard hatte, die mir mitten im Interview die Rollen vertauschte und da hat sie mir eine Frage gestellt, die für diese Utopie-Konferenz vielleicht auch Leitfrage werden können. Sie fragte mich direkt, sie ist ja Schimpansenforscherin, und sie sagte, wenn wir Menschen immer betonen, wir sind die intelligenteste Art auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und wenn ich Vorträge halte oder auf der Bühne bin, dann frage ich direkt das Publikum, Hand hoch, wer von Ihnen, wer von euch kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer. Dann gibt es immer einen Lacher und dann meldet sich natürlich keiner. Aber ich sage, wir müssen aufhören, diese Getrenntheit von der Natur vorauszusetzen. Ich hatte mit Franz De Waal auch ein Interview, ein anderer Schimpansenforscher, er sagte, die Weltreligion, und das ist dann gleich die Überleitung zu Anna, das Christentum ist entstanden in der Wüste. Da gibt es Skorpione, da gibt es Schlangen, aber da gibt es keine Menschenaffen. Keine Naturreligion der Welt wäre auf den Gedanken gekommen, den Menschen als Ebenbild Gottes, als etwas wahnsinnig Besonderes zu definieren, angesichts von Menschenaffen. Aber wenn du nur Schlangen und Skorpione kennst, dann kommt man schnell auf den Gedanken, dass wir was ganz Besonderes sind. Und Franz De Waal sagte, die größte Sünde ist, dass wir uns immer getrennt von der Natur definieren, erleben, und wir denken, wir sind die Krone oder was auch immer, aber wir sind ein extrem abhängiger Teil dieser Schöpfung. Und wir haben ja in den letzten 10.000 Jahren die Mengenverhältnisse auf diesem Planeten komplett umgedreht. Vor 10.000 Jahren, bevor es mit Ackerbau und Viehzucht und Bauersucht traurlos ging, hatten wir 1% Menschen der Biomasse auf der Erde und 99% Wildtiere. Wir haben jetzt nur noch 1% Wildtiere, ein Drittel sind Menschen und zwei Drittel sind die Nutztiere von Menschen. Wir puchsen, wir kacken diesen Planeten platt. Und deswegen würde ich mir als Utopie ein Grillfest wünschen, wo wir mal alle unnützen Nutztiere ein für allemal grillen, alle dazu einladen, alle, die noch Fleisch essen wollen. Und danach ist Schluss mit diesem Quatsch. Aber das sind ganz konkrete Dinge, die wir tun könnten. Man kann bei Franz De Waal insofern einen draufsetzen, dass man sagen kann, kein Naturvolk, das im Regenwald lebt, wäre auf die Idee gekommen, den lieben Gott in den Himmel zu verlegen. Ja, weil das ist der Blick des Wüstenbewohners in den Sternenhimmel. Der Sternenhimmel war die Metaphysik für den Wüstenbewohner. Für den Regenwaldbewohner war es der ewige Kreislauf der Natur, dass immer wieder kommen die Zyklen, die im Mittelpunkt aller animistischen Religionen stehen. Aber bevor ich jetzt anfange, das Christentum zu interpretieren, die letzten 50 Sekunden gehören dir, Anna. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Und da habe ich, als Christin ist mir das, glaube ich, daraus schöpfe ich auch ganz viel Kraft, sich für das Thema Klima einzusetzen, weil wir wissen, dass da noch was kommt. Und bei allen vielen Negativbeschreibungen, wir können viel besser, haben wir heute schon öfter erlebt, viel besser sagen, was nicht funktioniert und was wir nicht machen dürfen, als das zu sagen, was wir machen dürfen. Und in dieser ganzen Narration die Hoffnung nicht zu verlieren, das wünsche ich mir bei dem Thema. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir da als Christinnen ganz viele, ganz viel mit auch in die Debatten einsteuern können, dass wir alle dabei unterstützen, die hart für diese Themen kämpfen, obwohl es oft frustrierend ist. Und es ja heute im Gespräch sogar ab und zu mal wirkte, dass so optimistische Menschen wie Eckart von Hirschhausen ab und zu da auch mal den Optimismus verlieren. Ich glaube, dass euch beiden das ganz großartig mit der Hoffnung gelungen ist. Und ich glaube, den Tiefpunkt aus der Mitte der Sendung haben wir überwunden. Jetzt gehen wir beschwingt an die Arbeit und setzen uns weiter für den Menschen und die Erde ein. Ich danke euch sehr für das Gespräch.